Das ist ja eine ganze Armee. Jetzt spielt er die ultimative Exodia aus. Ich muss mich gar nicht so anschauen. Digger, da ist immer der Ladebildschirm. Oh mein Gott, was ist das denn? Ich kann das alles zurückweisen? Okay. Fick dich! Forschungseinrichtung. Oh, endlich ein Homogolus zu schaffen. Wui, da! Die Geburtsstunde! Der Spitzendetektiv Nummer 1! Der erste seiner Art auf der Welt. Ich mach einfach, ich weiß nicht, ob das stimmt. Achso, mein Name ist echt Makoto? Sie haben den Hauptcharakter den gleichen Namen verpasst? Wie dem Hauptcharakter aus dem ersten Danganronpa? Ich heiße Makoto, du heißt Makoto. Wir alle sind Makoto! Wir alle sind Makoto! Oh! von mir aus aber hoffentlich nicht mehr aus dieser komischen perspektive jetzt spielen wir das hütchenspiel oh lord ich habe nicht geschaut hätte ich das jetzt wissen können ich habe einfach gedrückt aber aus keinem bestimmten grund ich habe ich habe irgendwie panik bekommen weil die zeit abläuft gab es den unterschied zwischen den und allen als dein klon will ich das selber und deshalb werde ich jeden beschützen er ist ja sehr nobel ich habe mich nicht darum gebeten erschaften zu werden und ich auch nicht das ist mir doch scheißegal ich habe überhaupt keine empfindungen für dich jetzt geht es schon wieder los die macht bei amaterasu und als er von dem volk hörte geriet amaterasu in panik und entnahm allen das blut und als projekt munculi aber das experiment schlug fehl fehlhafte munculi wuii wurden durch das sonnenlicht wütend und verwüsteten die stadt das ist das geheimnis und haben versucht alles zu richten du hast den regenwolken die sonne und die menschen aber die ursprünglichen wohner waren bereits keine ahnung also ich konnte es lesen ich hoffe ihr konntet es auch lesen das ist ja auch nicht so wichtig wir kennen das ja alle schon was nein ich bin nach rechts ausgewichen ich habe aufs rechte rechte gewartet also links bitte nach oben und jetzt ein x und die rollen sind verdammt und die rollen sind verdammt und die rollen sind verdammt getauscht ich meine das war vorhin auch schon so aber jetzt stelle ich es fest ja ich habe alles nötige getan um den kanalwitz zu beschützen aber ironischerweise wurden dadurch noch mehr geheimnisse äh ungelöste geheimnisse geschaffen trotzdem wollte ich die homunkuli beschützen ich musste es wenn ich es nicht tue wer tut es dann naja ich nicht waa jetzt geht es schon wieder los nach deinen verhandlungen mit der war wurde der kanal besiegen isoliert und unabhängig verdammt und sein getreu Der ehemalige CEO hat die Position an dich abgetreten. Du hast die Munkri-Forschung sofort ein Ende gesetzt, was sehr menschlich war. Dies sollte die Erschaffung weiter tragischer. Video ausgenutzt. Du hast bösartige Kriminelle entführt und sie in den Kanalbezirk gebracht. Penner! Ich mag das nicht. Mich auszunutzen? Äh. Epsilon. B. Oh! X. Batsch. Emotionen müssen abgelegt werden, um die perfekte Lösung durch eine perfekte Ermittlung gefunden werden kann. Das war schon immer mein Credo. Aber die Dinge änderten sich, als ich entdeckte, dass ich ein Homunculus war. Ich wurde jemand anderes, als ich erfahren habe, dass es andere wie mich gibt. Direktor Yomi war dein größtes Hindernis beim Schutz des Kanaibezirks. Er und Dr. Huesca planten Informationen über sie an dich in die Außenwelt weiterzugeben. Wenn das Geheimnis herausgekommen wäre... Yomi wurde zu mächtig. Als wir uns hier versammelten, entdeckten genau wie du es wolltest, den Friedenswächtern, geholfen sich zu rächen... Entdeckte und Yomi von der Bildfläche verstanden. Ja, genau. Der hat uns alle ausgenutzt. Die Schwerter des Lichts. Oh nein, damit bin ich für drei Runden bewegungsunfähig. Wow. Okay. Naja, wir sind ja gleich in dem Sinne. Jeder kämpft hierfür sein eigenes... Oh nein. Oh nein. Dankeschön. Uh-huh That was a weird way to throw me I don't know what to do Oh, the video will soon fall in my hands I'm trying, I can't do it I'm trying, I can't do it Man, just Hör auf, dich selbst zu bemitleiden Das verschwindet alles davor I can't do shit Last Okay, ich, ähm Jemand muss mir helfen Oh, ich bin ein armes kleines Baby Ich zucke nur mit den Schultern Überhaupt nicht schuldig Oder irgendwas Dir gegenüber Ich finde es Es ist sehr traurig, weil wie gesagt Wie er gesagt hat Die Homunculi Und so Die haben sich alle nicht ausgesucht Das zu sein, das wollten sie nie Aber Wie fair ist das Die Wahrheit zu verschleiern Für all die Menschen Die gestorben sind Ja? Die perfekte Lösung für dich Und so sind wir doch Verschiedengleich Ja, Mann Das geht einfach nicht Ich bin emotional Überhaupt nicht Ausverbunden Toll, doch nicht gleich, Junge Darf ich ihn jetzt umbringen? Jupp Haha Nö Meine Lösung Meine Lösung Ich habe alles gemacht Schau nur kurz Nur zur Sicherheit Nein Speichern ist nicht möglich Verdammt Na schön Na schön Ich weiß nicht Jetzt schrei mich nicht an. Ich muss warten, bis die Textboxen fertig sind. Shinigami. Ich glaube an dich. Und du? Möchtest du noch mit mir reden? Jetzt entscheide dich. Entweder, ja. Ja, ja. Das ist dein... Ihr Lieber, ihr Lieber. Okay, ja, ja, Schnauze miteinander. Kann ich jetzt speichern? Oh, yeah, okay. Vielleicht können wir dann nochmal zurück. Aber ich mach zuerst natürlich das Labyrinth zerstören. Oh, yeah. Ich will, dass diese Labyrinth zerstören. Das ist mir alles bewusst. Lass, lass machen. Äh. Absolut. Absolut. Ich habe mich entschieden. Ist das wirklich in Ordnung? Die Entscheidung ist mir nicht mal schwer gefallen. Du bist überraschend entspannt dafür. Du bist überraschend. Ich will dann auch ein paar Mal zurück. Ich kann nicht anfänglich. Ich will mich nicht überraschend. Ich will das nicht nur mir selbst schmerzen. Warum soll ich das denn selbst machen? Es ist sicherlich. Wenn ich nur die Entscheidung zu lösen, dann kann ich nur die Begründung machen, und dann kann ich nur die Zähne mit dem Schmutz des Kanaisons abhängen. Ich habe keine Angst dafür. Aber ich glaube nicht, dass ich das so richtig ansehen kann. Ich kann das nicht nur eine perfekte Lösung für eine Lösung. Ich habe die Wahrheit herausgefunden. Ich bin zufrieden. Ich weiß, was los ist. Der Rest ist für euch. Oh, großartig. Erzähl allen, dass sie Omunkuli sind. Wenn du eine bessere hast, bin ich ganz. Demokratie. Wie? Da hast du mehr Vertrauen in den Leuten? Ich glaube, es könnte einfach sein, dass ich dich Liberalisten mitnehmen. Ich mag, als man wie Kanaik, die ich mich liebt und ich bin, es könnte auch sein, was man treib und es nicht mehr tun, dass es alle die Antworten gemacht haben wird, dass ich das glaube, ich glaube, das wäre einfach so, zuerst ein richtiges Doppelkτά," Aber was soll ich dich sagen? Was sagen Sie für die Wahrnehmung? Oder ob Sie das glauben können, oder ob Sie... Naja, wenn der C.E.O. das sagt, dann glauben Sie wahrscheinlich daran. Ich möchte aus Ihren Sprachen alle, alles zu erzählen. Ich möchte nicht nur als der Weltannteik-Number-1-Homun-Kluss, sondern auch als der Weltannteik-Number-1-Homun-Kluss mit den Kanaik-Number-1-Homun-Kluss. Wenn Sie sagen, dann können Sie alle auf die Hände schreien. Und wenn Sie mit diesen Menschen und diesen Stadtten das ist irgendwie eine unbefriedigende Lösung. Ich wünschte, wir könnten alle umbringen. Wie geil wäre das, die ganze Stadt... Was ist das? Ganz klar, das ist ein Wiemlich der Weltannteik-Number-1-Homun-Kluss. Was ist die Weltannteik-Number-1-Homun-Kluss? Wenn Sie sich die Weltannteik-Number-1-Homun-Kluss, dann werden Sie nicht mehr als das der Weltannteik-Number-1-Homun-Kluss. Das ist der Tat. Sie haben sich von der Weltannteik-Number-1-Homun-Kluss. Das ist, dass Sie sich über die Weltannteik-Number-1-Homun-Kluss. Es ist ja, ich möchte, dass Sie hier aus rauskommen sind. Was will ich jetzt hier sein? Oh, hey, oh no. Ich weiß, dass ich das nicht sterben will, oder? Ich weiß, ich weiß nicht. Ich habe doch gesagt, ich will dich zerstören. Ich will dich nicht 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 zerstören. Das ist doch nicht zerstören. Ich habe nur ein Künstler. Ich habe immer nur ein Künstler. Ich habe immer nur ein Künstler. Ich habe immer noch einen Künstler, der Nummer 1, die der Künstler für die Weltkünstler. Ich habe alles in mir entschieden. Ich habe immer eine eine unglaubliche Lösung. Ich habe mich daran erinnert, aber ich habe auch immer wieder eine gute Idee. Ich bin einfach großartig. Das machst du doch auch die ganze Zeit. Ich wusste, dass ich viele Sachen verletze. Ich bin sehr weit entfernt, aber ich habe keine Ahnung. Wenn man sich die Menschen verletzt, ist, dass man sich selbst verletzt. Aber ich glaube, dass man sich selbst verletzt. Das bedeutet, dass man sich selbst verletzt. Das ist das. Wenn ich mir nicht so ein perfektes Problem erinnern, dann kann ich mich auch an den anderen zeigen. Das ist das. Oh. 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 Oh, die Algimäßezerpflöte kann ich manchmal machen. Oh, dass es dann einfach nicht twist cowkwunyi war. Die 5ene Phase best teleschutz Divina-Zong opport ist, aber es muss nachher sie effekte sehr bare und classify sein in Einschwerden. Jetzt stoppen Sie bitte doch einfach nur die Algimäßezerpflöte. Was the fuck is that shit? What the fuck? I don't want that. I want to bring you back. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I don't like it. I really thought you had a good friend. That's right. You've always been a one-on-one. You've lost everything in your memory. You've made the power of your friend. You've lost everything in your power. And you've lost everything in your memory. Wow. Yay. It's a terrible story. I've been given you. You've been given me. You're going to leave me. You're going to remove the power of your power. Yeah, just fuck off, man. Beenden wir diesen Bullshit hier. Das gibt's ja nicht. Das war ja scheißernst. No other hands utilities. Since then, the power's not. Let's test. from there.